Macht's euch gemütlich! Mensch, prima ist es hier! Zu trinken gibt's auch was! Spezialität nach dem Hause Behrends Rhabarbersapfen. Sag mal, kannst du wirklich spielen, oder ist das nur ein Lager? Naja, für den Hausgebrauch reicht's. Na, sonst spiel doch mal bitte was. Ich höre Gitarre so gerne. Naja... I have no name, I am but two days old. What all I call tea, I have been. Joy is my name. Die joy beforti. With the joy, The joy goes in. Joy is my name. 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 Es war ja toll! Bravo! Na, nun halt dich mal zurück! Was hast du denn? Ich find's toll hier! So richtig gemütlich! Die Gemütlichkeit wird sich mir lange dauern! Wie meinst du das? Mein Großvater will das Treibhaus abreißen, eine neue Garage bauen für die neuen Lieferwagen. Ist ja jemalschade um den Schuppen. Stimmt, aber mein Großvater braucht den Platz, eben für die Garage. Eigentlich wollte er ja reicher Stall abreißen, aber ich habe mich für das Fuhrunternehmen entschieden. Übrigens, ich brauche noch einen Namen für unsere Firma.